Es ist trocken draußen, man wünscht sich Regen und ein Hitzerekord jagt den nächsten und die Frage ist eigentlich, und das will ich in diesem Video mal dem nachgehen, wie misst man denn eigentlich, wie viel Regen fällt? Was bedeuten diese Einheiten? Millimeter. Ja, wieso misst man eigentlich, Millimeter ist doch eine Längenangabe, wieso misst man das in einer Längenangabe? Und wie macht man daraus die berühmten Liter pro Quadratmeter, die ja auch relativ gebräuchig sind? Und manchmal heißt es einfach nur fünf Liter Regen, da fehlt halt pro Quadratmeter in der Regel. Ja, das hier ist ein Regenmesser. Der schwarze Rand ist im Prinzip hier nur eine Erinnerungshilfe. Hier kann ich im Prinzip einstellen, was ich abgelesen habe. Meinetwegen, wenn ich hier fünf Millimeter abgelesen habe, stelle ich das ein, dann schütte ich den Inhalt aus und wenn ich dann wieder fünf Millimeter ablesen sollte, dann kann ich meinetwegen hier zehn einstellen. Und dann habe ich zum Beispiel über das Jahr aufsummiert, was an Regen gefallen ist. Das Spannende ist jetzt diese Skala, wobei das Ding ist halt leider immer so ein bisschen knifflig, weil wenn man genau guckt, das ist leider kein Fehler der Kamera. Das ist ja auch in echt so. Hier unten diese fünf Striche, die sind weiter auseinander im Vergleich hier oben. Und wenn ich mal einen Maßstab hier reinhalte, dann sieht man, das sind im Leben nicht fünf Millimeter. Wie kommt diese komische Skala zustande? Naja, erstmal ist dieses Gefäß nicht zylindrisch, sondern das hier unten ist der, die Fläche, die Grundfläche ist viel kleiner im Vergleich zu der Grundfläche hier oben. Das führt natürlich dazu, dass hier unten die Striche weiter auseinander sind im Vergleich zu hier oben. Gut, hat einen Vorteil, wenn es nur wenig regnet, kann ich das mit einer großen Genauigkeit ablesen. Dann ist hier oben das Gefäß, hat hier eine ziemlich große Öffnung. Was passiert? Wenn es regnet, fällt der Regen hier rein und wird dann hier unten in dem zylindrischen Gefäß gesammelt. Äh, nicht zylindrischen Gefäß, in dem ja äh, kleiner werdenden Gefäß, ähm, gesammelt. So, sagen wir mal Messbecher. Wobei ein Messbecher ist eigentlich auch zylindrisch. Also, wie auch immer, auf jeden Fall wird es hier gesammelt. Was bedeuten nun diese 40 Millimeter im Extremfall oder hier 5 Millimeter oder 1 Millimeter? Ist ja eigentlich eine Längenangabe. Naja, man geht davon aus, wenn es irgendwo regnet, dann verteilt sich der Regen auf diesem Gebiet erstmal gleichmäßig. Das heißt, wenn ich jetzt mir meinen Garten angucke und hab da zum Beispiel einen Blumentopf stehen, dann regnet es in diesem Blumentopf. Und wenn es irgendwann aufgehört hat zu regnen, steht das Wasser eine gewisse Höhe da drin. Und wenn ich zwei Blumentöpfe habe und beiden identisch sind, wird auch das Wasser gleich hoch stehen. Wenn ich jetzt sagen wir mal einen kleinen und großen Blumentopf habe, wird auch in beiden Töpfen das Wasser gleich hoch stehen. Das heißt, überall ist natürlich logisch, wenn überall die gleiche Menge Regen fällt, ist hinterher überall auch, sofern das Wasser nicht abfließen kann, das Wasser gleich hoch. Das heißt, wenn ich jetzt an einer Stelle messe, kann ich bestimmen, wie viele Millimeter sozusagen das Wasser an dieser Stelle steht. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie werden daraus Liter? Weil mit 5 Millimeter kann ich noch nicht so viel anfangen. Dazu habe ich mir einen Spickzettel vorbereitet. Jetzt würde man sagen, das ist ja ein toller Spickzettel, da steht ja gar nichts drauf. Das Besondere an dem Spickzettel ist, das hier sind zehn Zentimeter und das hier sind auch zehn Zentimeter. Zehn Zentimeter sind ein Dezimeter. Jetzt würde man sagen, gut, Dezimeter ist jetzt nicht so wahnsinnig gebräuchlich. Nicht ganz, weil ein Dezimeter mal ein Dezimeter ist ein Quadratdezimeter. Und wenn ich mir das Ganze dreidimensional vorstelle, als Würfel, dann habe ich ja nicht nur ein Dezimeter mal ein Dezimeter, sondern ein Dezimeter mal ein Dezimeter und noch ein Dezimeter in die Höhe. Und diese Würfel hat eine Besonderheit. Es ist nicht nur ein Kubikdezimeter, es ist vor allen Dingen ein Liter. So, was mache ich also mit dieser Erkenntnis? Ich gehe mal ein bisschen weiter. Ich will ja letztendlich auf den Quadratmeter kommen. Wie viele Dezimeter brauche ich, um einen Quadratmeter auszulegen? Ich habe zehn Dezimeter, um auf einen Meter zu kommen. Und wenn ich einen Quadratmeter habe, habe ich zehn Dezimeter mal zehn Dezimeter. Das heißt, ich habe hundert Dezimeter. Äh, Quadratdezimeter. Entschuldigung. Also, hundert Quadratdezimeter. Was nützen mir die hundert Quadratdezimeter? Na ja, jetzt gucken wir mal. Auf dem Spickzettel steht doch was drauf. Und zwar, wenn ich das mal in die Kamera halte. Ein Millimeter sind 0,01 Dezimeter. Warum habe ich das umgerechnet? Na ja, wie ich eben erklärt habe, ein Liter ist ein Kubikdezimeter. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, dass ein Quadratmeter hundert Quadratdezimeter sind, kann ich mir jetzt überlegen, welches Volumen bedeutet das, wenn ich einen Millimeter Regen habe. Das heißt, ich habe jetzt hier gemessen, ein Millimeter Regen. Das heißt, ich habe ein Millimeter, es sind ja 0,01 Dezimeter, hier die unterste Zeile, mal meinen Quadratmeter. Das sind ja hundert Quadratdezimeter. Das ist dann ein Kubikdezimeter. Und ein Kubikdezimeter ist ja nichts anderes als ein Liter. Das heißt, eigentlich hätte man hier oben auch Liter pro Quadratmeter. Äh, genau. Liter pro Quadratmeter draufschreiben können. Das heißt, wenn ich hier fünf Millimeter ablese, sind fünf Liter auf einen Quadratmeter gefallen. Ja, das macht aber noch keine Aussage darüber, ob das Ganze jetzt, ähm, ja, zu einer Flut wird oder nicht. Weil es kommt natürlich darauf an, ob das Wasser fessigern kann. Wenn der Boden natürlich sehr trocken ist, ist das sehr schwierig. Wenn die Fläche natürlich zu betoniert ist, ist das auch schwierig mit dem Abfließen von dem Wasser. Das heißt, eine hohe Menge kann schlecht sein oder auch nicht. Je nachdem, wie das Wasser hart abfließen kann. Prinzipiell kann man festhalten, ein Millimeter Regen ist ein Liter pro Quadratmeter. Und wenn ich jetzt hier, was weiß ich, 20 Millimeter fallen, sind es entsprechend 20 Liter pro Quadratmeter. Ja, eigentlich ganz interessante Sache, wie so ein Regenmesser funktioniert. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Like oder ein Abo da lasen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.